Sie sehen die Generalprobe eines Stückes. Das ist die Bühne. Die Bühne umfasst anfangs die Wohnung, reicht später auch darüber hinaus. Das ist die Heldin, um die es eigentlich nicht geht, wobei gar nicht genau gesagt werden kann, worum es eigentlich geht. In einem entscheidenden Moment weiß die Heldin, was zu tun ist. Das ist der Held. Erster Akt. Die Helden vermelden den Wochentag. Unter allen sieben Pillenpackungen wählen sie eine aus und liegen sie demonstrativ auf den Tisch. Es ist ein Donnerstag. Wird man das, fragt sich der Regisseur auch in den letzten Reihen sehen, oder ist das zu diskret? Der Regisseur ruft von der Bühne ins Publikum, wie explizit ist explizit? Das sei doch immer die Frage. Aber, fügt er an, es ist nicht so, dass ich Antworten von ihnen will. Ich mache das alles mit mir und dem Stück aus. Jedenfalls gibt es Möglichkeiten, die man sehen kann, denn da liegen ja schließlich auch die anderen Tage bereit. Welcher Tag nun ist, bestimmen Heldin und Held. Es ist Donnerstag und vielleicht bleibt das so. Heldin und Held warten, dass der Regisseur die Bühne verlässt oder warten, dass er sie gänzlich für sich erobert. Soll er tun, was er will. Da liegt also eine Pillenpackung und welcher Tag auf der Bühne ist, ist nach dieser ihnen lebenslang erscheinenden Probezeit nun auch schon egal. Je mehr der Regisseur redet, desto mehr Zeit haben sie sich auszurechnen, wie oft er sie bisher unterbrach, wie oft er sie spielen ließ, was sie nicht spielen wollten, wie er sich gelegentlich aber doch überraschend fröhlich zeigte und ihnen ein Spaß ins Stück packte. Was ist es nochmal für ein Stück? Auch Heldinnen und Helden können alles vergessen. Sie stehen oder sitzen oder liegen oder schweifen ab und füllen sich den Mund mit Pillen, wenn der Regisseur nicht hinschaut, weil diese Pillen nur aus Zucker sind. Der Regisseur nimmt Platz am Bühnenrand und murmelt, man kann ja alles anders machen oder lassen, wie es ist. Dann lacht er laut und etwas irritierend. Es ist Donnerstag, das ist ein Anfang, wir wissen mehr als nichts. Zweiter Akt. Der Held betritt die Welt. Natürlich müssen alle raus, alle müssen immer raus. Der Held zieht nicht aus, um das Fürchten zu lernen, der Held hat sich schon genug gefürchtet. Wie sonst sollte er zum Helden geworden sein? Darüber könnte er viel reden, aber er tut es nicht. Alles, was zu sagen ist, legt er erst am späten Abend in seinem Gesicht und auf seiner Haut und übergibt es dem Spiegel, der ihm zum Dank eine kleine Anekdote zeigt, einen Gruß aus einer anderen Zeit, in der Heldinnen und Held noch nicht diskrete Protagonisten eines sich vielleicht zu sehr mit der Wiederholung beschäftigenden Stückes, eines sich verranthabenden, alternden, ideenarmen Regisseurs waren. Aber das, wie gesagt, erst am Abend. Noch ist morgen und die Welt begrüßt den Helden. Guten Tag, Held. Guten Tag, Welt, murmelt der Held und besteigt sein Heldenmobil und dreht sich um, als wäre wer dabei. Also ist da wer? Entweder da ist wer und sagt nichts oder da ist niemand oder da ist jemand und sagt etwas, aber der Held kann es nicht hören. Der Held ist mit einfacher Technik ausgestattet. Er hat Kopfhörer im Ohr eingestöpselt in sein Smartphone, über das er die Anweisungen des Regisseurs empfängt. Er drückt den Kopfhörer fester ins Ohr, um den Regisseur besser hören zu können. Fahr schneller, sagt dieser. Schneller darf ich nicht, sagt der Held, der hier übrigens der Produktion sein Privatauto zur Verfügung stellt und Tag um Tag und Probe um Probe Privatbenzin ohne Kostenerstattung zu erhalten zur Verfügung stellt. Was weiß die Welt vom Helden? Was weiß der Held von der Welt? Der Held weiß sein Abenteuer als alltägliche Handlung zu verkleiden, aber daraus bastelt er sich keinen Ruf, das ist nun einfach so seine Art. Bremser, ruft der Regisseur. Der Held entfernt den Kopfhörer. Das könnte natürlich Folgen haben, aber was macht das schon, da doch alles Folgen hat. Der Held tritt auf die Bremse und fragt sich, wo ist das Ende dieser Bühne? Ist denn wirklich die gesamte Welt eine Bühne geworden? Fokus, ruft der Regisseur und ruft so laut, dass es der Held aus den abgenommenen, auf dem Beifahrersitz liegenden Kopfhörer dröhnen hört. Er zieht das Telefon aus der Gesäßtasche, beendet das Telefonat, schaltet das Telefon aus. Um alle ist es gut und schlecht zugleich bestellt. Dritter Akt. Der Held erweist sich als Privatmensch und Flaneur. Auch Helden sortieren sich beim Autofahren. Die Angelegenheiten sind elastisch, denkt der Held und stellt fest, er schnellt heute ständig aus der Rolle raus. Dies ist die siebte Wiederholung der Generalprobe für dieses Stück. Ob der Regisseur ein Dilettant ist? Das kam dem Helden noch nie so deutlich in den Sinn. Ja, der Regisseur ist ein Dilettant und zahlt außerdem schlecht. Der Held parkt vor einem Supermarkt, so steht es auch im Manuskript, er steigt aus. Im Wohnzimmer hört man unterdessen Musik von Richard Strauss, Metamorphosen. Man hört das Stück etwa dreimal so schnell, wie es ist, aber es ist dennoch zu erkennen. Ob das, denkt sich der Regisseur, nun nicht doch zu dick aufgetragen ist? Er notiert die Frage auf der Liste, die immer länger wird. Dinge, die bis zur Premiere zu tun sind. Viele Dinge, keine Häkchen. Aber wer ihn fragte, wie das bis zur morgigen Premiere alles noch geschafft werden soll, und ob es nicht besser wäre, die Premiere um eine Woche zu verschieben, oder gleich auf nächstes Jahr, dem würde er sagen, aus Ihnen mit Ihrer zögerlichen Art wird nie etwas werden. Sie sind doch wirklich so ein kleines und ahnungsloses Licht. In ruhigeren Minuten wird er sagen, ich kitzle das Beste aus den Leuten heraus. Das schafft man nicht, wenn man nett ist. Der Held streift durch den Markt, er spaziert herum und betrachtet die Produkte, liest, was auf den Packungen steht. Er liest sich in aller Seelenruhe einen Regalmeter durch. Das braucht viel Zeit. Der Regisseur erkennt sein Stück nicht mehr. Was tut sein Held da? Warum ist sein Held unerreichbar für ihn? Wo ist er überhaupt? Er brüllt die auf ihren Einsatz allmählich schon ungeduldig wartende Heldin an. Sie solle doch was tun. Da sei doch was faul. Die Heldin hebt die Hand. Das Bühnenlicht geht aus. Dem Regisseur wird kurz bange von diesem Zufall. Dann fängt er sich und notiert. Licht prüfen. Dringend. Zwischenstück über die Zukunft einer Frau. Die Kassiererin Grete M. war ohne ihr Zutun und Wissen die Muse eines Künstlers geworden, der, wann immer er einkaufte, sie heimlich fotografierte und die Bilder schließlich auf Plakatwände kleben ließ. Grete M. war daraufhin in der ganzen Stadt bekannt geworden und niemand ging davon aus, dass jemand anderes als sie selbst damit zu tun hatte. Fast alle dachten, dass sie ein merkwürdiger Größenwahn, der die Kassiererin M. da befallen habe, dass sie offensichtlich viel zu viel verdiene, wenn sie es sich leisten könne, dermaßen groß und für ganze zwei Wochen in der Stadt zu sehen zu sein. Man gab ihr dann überhaupt kein Trinkgeld mehr. Nur wenige fragten, sind sie das wirklich? Die mochte sie dann mehr als alle anderen und erzählte, dass sie nichts damit zu tun hatte und nicht weiß, wer dahinter steht. Grete M. ist eine Kassiererin, der ab und an den Rücken schmerzt, die jede Woche mindestens drei Überstunden macht, ohne dafür bezahlt zu werden und trotzdem über die Witze ihrer Chefin lacht. Während sie Waren über das Band schiebt und dabei meistens freundlich lächelt, erdenkt sie sich einen Supermarkt, in dem nichts gekauft werden kann, in dem die besten Produkte sehr preiswert oder sehr teuer ausgezeichnet sind, den man nur betreten darf, nachdem man einen Eintritt von 35 Euro entrichtet hat, ermäßigt drei, und sich dann den Wagen füllen, wie und womit man will, um schließlich alle Waren aufs Band zu legen und wie Kinder von guten und klugen Erzieherinnen in einer Tagesstätte von Mitarbeitern in Empfang genommen zu sehen. Vierter Akt Der Held braucht Rat und holt ihn sich. Ist er denn jetzt noch in der Rolle und wer ist er überhaupt? Falls jemandem der Kopf schwirrt, dann ist er es. Falls jemand ruhig ist wie nie, dann ist er es. Der Held kann lachen und macht jetzt frei. Er geht in ein Lokal, der sitzt schon einer, schwer verwickelt in Papiere und ein anzubahnendes Geschäft. Der ächzt und erklärt, ohne dass der Held eine Frage stellt, ein Dilemma. Manche Geschäfte, sagt er, kriegt man nicht zum Laufen. Manche Geschäfte kommen wirklich tot zur Welt. Ach so, sagt der Held und meint, das sollte man doch anders formulieren. Er sieht seine Frau groß wie einen Funkturm, die Tote, zum Scheitern verurteilte Geschäfte zur Welt bringt. Der Regisseur hingegen brüllt das geschlossene Fenster an und beschimpft, was er sieht. Die Heldin denkt, dann muss man nachher die Flüche von den Regalen wischen, von den Büchern, vom Fernseher aus dem Wäschekorb. Sie schweigt. Sie machte aber diesem Stück nur mit, weil der Regisseur meinte, wer quasi auf der Bühne wohnt, ist Teil von ihr. Und es sei doch außerdem nicht zu viel verlangt, am Anfang des Stückes die richtige Pillenpackung auf den Tisch zu legen und sich am Ende des Stückes etwas im Liegen anzusehen. Das kriege jede und jeder hin, das Bessere zudem auch noch die Einnahmen auf. Obwohl der Regisseur nicht recht hatte, denn sie wohnte eben nicht auf der Bühne, sondern die Bühne oder ein Teil davon war in ihre Wohnung verlegt worden, hatte sie zugestimmt an der Inszenierung, die auch keine aufwendige hatte, sein sollen, wie der Regisseur vor mittlerweile mehr als zehn Monaten versprochen hatte, mitzuwirken. Nun aber zählt sie die durch den Regisseur und sein Stück erwirtschafteten Einnahmen zusammen und kommt, wie sie es auch dreht und wendet, auf Null oder auf noch weniger. Sie setzt diese Null ins Verhältnis zu allem, was der Regisseur von ihr und dem Helden bisher verlangt hat, auch dazu, wie er, um seine Aufregung zu lindern, sich mehrmals täglich vor den offenen Kühlschrank stellt und dabei immer etwas entdeckt, das doch sicherlich nicht mehr gegessen werde oder wovon es noch ausreichend gebe. Gut, sagt sie und richtet sich auf. Das Stück ist jetzt zu Ende. Ist es nicht, sagt der Regisseur. Ist es doch, sagt sie. Ist es nicht, sagt der Regisseur. So geht es hin und her, bis die Heldin aufsteht, sich auf das Sofa legt und den Schluss des Stückes spielt. Die Decke über den Beinen, die Fernbedienung in der Hand und auf dem Bildschirm das Foto eines unbekannten Mannes. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, brüllt der Regisseur. Doch die Heldin hat nun eine neue Rolle gefunden. Sie spiegelt den Gesichtsausdruck des Mannes vom Bild und blickt den Regisseur fast ohne zu blinzeln an. Der schmeißt die Tür zu, als er geht. Der Held sitzt währenddessen einem leeren Stuhl gegenüber und fragt sich viel oder fragt sich nichts. Er redet in den Raum hinein und kann mit diesem leeren Stuhl besser sprechen als mit allen sonst. Er sieht den Stuhl fragend an. Was ist das für ein Tag? Der Stuhl schweigt. Hast dir recht, sagt der Held. Das ist doch wirklich egal. Fünfter Akt. Woanders geht es anders weiter. Am Ende des Stückes, das kein Stück mehr ist, ergreift der Regisseur die Flucht nach vorn. Sein Fluchtauto ist ein Bus. Er fährt so lange, bis ihm warm wird. Trotz allem Schwitzen friert er. Später wird er sagen, ich sage zu der ganzen Sache nichts. Das geht sie allen nichts an. Ich bin besser als Schlöndorf, Fassbinder, Polish, besser als alle drei zusammen. Aber ich behalte jetzt alles für mich. Für irgendwen? Und das schwöre ich ihm, wird das wie eine fürchterliche Drohung, wie eine wirklich schlechte Nachricht klingen. Diese Person will er finden. Ja, diese Person muss aufzutreiben sein. Drei Stunden später, der Regisseur fährt noch immer Bus, steht er auf und sagt, hat hier jemand ein Stück bestellt? Ich habe ein gutes dabei. Die Heldin in der Wohnung erhebt sich vom Sofa und spielt nochmals mit dem Licht. Der Held fährt durch den Regen. Es ist so spät, wie es spät ist und morgen ist ein anderer Tag. Es ist so spät, wie es spät ist.